Ja, dann such mal ab, dass er auch wirklich sauber ist. Nicht, dass sich hier irgendwas versteckt. Ich muss hier echt die Lufthoheit zusammenbekommen. Alter, ich mach den hier hier. So, Kohle kann ich mir auch nochmal abgreifen. So. So, noch ein bisschen. So, 5000 haben wir. Dann kommt natürlich die Propaganda-Zentrale. Und, ja, ich brauch noch ein Baufahrzeug. Das mir ein Atomkraftwerk hier in die Landschaft zippert. Achso, und die Dinger brauch ich auch schon langsam mal. Die Hacker, also muss ich jetzt mal aufs Geld achten. Einfach mal. Alter. So, Steuerung. Das Gebäude, bitte. So, brennt der Turm jetzt ab? Nö. So, gut gemacht. Von meinen Leuten. So, hier kommt noch ein bisschen was. Achso, Propaganda-Zentrale ist noch nicht am Laufen. Steht hier noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. So, hier mach ich ein paar Gebäude platt einfach mal. Um hier einfach die Dinger zu haben. Die Räumlichkeiten. So, ich mach mir einfach mal was gut hier. So, die setze ich alle immer hier runden hin. So. Luftüberwachung und zwar hier. Ja, ich hoffe es, dass der dann sauber ist. Wenn ich hier auch wirklich arbeiten will. Ne, generelle Überwachung, bitte. Das ist komisch. Auf wen schießen die da immer? Ich check's irgendwie nicht ganz. Überreiß ich nicht. So. Haben wir jetzt schon ein paar Hacker? Ein Hammer. Zwei Hammer. So. Dann hoffen wir mal, dass das dieses Mal was wird. So. So, gut angegriffen. So. Hoffen wir mal, dass das funktioniert. Alter, bringt die um. So, komm. Distanz schützen. So. Hin. Hin. Kaputt. Finito. So. Noch ein paar Hacker hier. So. Ein paar Hacker noch. Die müssen sein. So. Jetzt muss ich mir bald mal den Weg hier bahnen. So. Dann musste ich mal den Auftrag hier aufheben. So, landet mal. So, schön, dass ich befördert wurde. So, deswegen hole ich mir die gleich und die fertig. So, jetzt brauche ich mal die Mix. Brauche ich noch eine. So, ist die bald mal fertig? Ja, die geht schnell. So, hackt hier weiter. So, Steuerung 1 wieder. So, und dann will ich die 1 hier sehen. Einfach mal. Dass ich schon mal hier eine Übersicht bekommen habe. Von dem, was wir hier haben, alles. So. Ich gehe hier mit durch. Ich gehe hier mit durch. Da ist der Skatsturm. So, das war eine teure Aktion. Aber ich muss hier durchkommen. Das wäre ja genial. So, ich bräuchte eine flinke Einheit. Eine flinke Einheit brauche ich. So. Kann ich mir hier nochmal... Ne, kann ich nicht. Scheiße. War fürs Licht. Das war nicht unbedingt das, was ich mir erhofft habe. So. Haut das hier hin. Hoffe ich mal. So. Du kommst mit. So. Runter mit euch. So. Häuser besetzen müssen sie auch noch leeren. So. Aufwärts. Alter. Reagiert hier auch mal jemand. So. Aber jetzt so. Bitte. Ab durch hier. Ab durch die Mitte. So. Evakuieren. So. Rein da. Damit sie hier überleben. Das war mal nix. Und wie das nix war. So. Da sind voll die UNO-Hilfspakete. Alter. Da tut ja direkt weh. Alter. So. Komm. Schießt, Leute. Da karren sie alle nieder. Das ist natürlich eine miese Aktion. Eine ganz miese. So. Hilft nicht. Müssen wir durch. Müssen wir Zähne zusammenbeißen. So. Hier den Propagandaturm. Da warte ich noch. So. Hier einfach mal. Gut gesetzt. Ein paar Einheiten einfach mal. Produzieren. Für den Notfall dann. Ich hab jede Menge Munition. Für den Notfall dann. Außerdem will wir dann höchstwahrscheinlich dann wieder erleiden werden. So. Die Kaserne muss hier rinsetzen jetzt. So. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier noch ein bisschen was überleben. So. Jetzt wissen wir aber im Grunde, wie die hier ein bisschen gestaffelt sind. So. Das muss ich kaputt machen. Da muss ich kaputt machen. Dann komm ich hier schon gut durch. Würde ich jetzt mal behaupten. Schon wieder eine Einheit hin. Die wollen hier auf Gedeihung verderben wollen die hier durch. Aber wie die hier durch wollen. Aber diesen Spaß gönnen wir ihnen nicht. Aber ganz und gar nicht. So. Komm schon. Macht sie kaputt. Tötet sie. So wollen wir das sehen. So. Das Ding brauche ich auch mal wieder. So. Habe ich hier einen stehenden Hacker? Ne. Habe ich nicht. Irgendwie muss ich hier an Geld kommen. Ich produziere die, äh, provoziere die jetzt mal nicht. Dann kommen sie vielleicht auch nicht durch. So. Eine Migmar. Toxin-Transporter müssen hier auch klein gemacht werden. Alter, ich brauche Hacker. Also schön, dass wir alle Rohstoffe hier aufgebraucht haben. Aber da hinten sind noch welche Junge. Wir sind ziemlich beschäftigt. So. Nimm mal die hier mit. Die wären toll. Wenn du die hier mitnimmst. So. Jetzt heißt es sowieso gleich wieder Skatsturm abgefeuert. Kenn ich doch. Ganze Spiränzchen. Wir verteidigen Chinas Luftraum. Machen wir unsere Kiste voll. So. Steuerung. Hier drauf schießen. Einfach mal just for fun. So. Haut ja hin hier. So weit mal. Hier kommt gleich ein aufgebrauchter Mob um die Ecke. Hä? Wo? Ach nö. Flugabwehrdinger hier einfach gewesen. Das regt natürlich echt auf. So. Dann müssen wir hier halt Gegeninitiative ergreifen. Und natürlich noch mehr. Geld irgendwie erwirtschaften. Aus dem kann ich ja nichts mehr rausquetschen. So. Scheiße. Hier werden die Einheiten immer weniger. Ist natürlich auch nicht toll. Und da unten. Wird schön langsam. So. 500. Haben wir aber gleich. Komm. Meine Häckerchen. So. Gut. Schön, dass es heiß ist. Ich könnte eine kleine Finanzspritze vertragen. Um ehrlich zu sein. So. Zwei Hacker. Drei Hacker sind schon wieder unterwegs. So. Gut. Hier ran. So. So. Gut so. So gefällt mir das. Hier kommt nichts durch. So. Komm schon. Ja. So weit komme ich wieder nicht rüber oder was? Ach nö. Verfluchte Axt. Haben wir jetzt gar nichts gebracht. Oder so gut wie nix. So. Du gehst auch noch her. Wo ist das Zeug? So. Alter. Wie viele Fußsoldaten kommen denn hier? Noch nicht normal. So. Ein bisschen was haben wir kaputt gekriegt. Aber nicht genug. Oh. 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 Was ist denn hier los? Sterben wir hier so viel weg? So. Gatlin. Das Verbesserte. Und natürlich das schwarze Napalm brauche ich dann auch noch. Um hier einfach effektiver zu sein. So. Komm schon. So. Gut so. Gefällt mir mittlerweile. So. Die kommen auch nicht mehr so leicht durch. So. Jetzt können wir schwarzes Napalm machen. So. Irgendwo habe ich denn da noch einen Hacker. Weiß ich es doch. Weiß ich es doch. Ich bräuchte eine kleine Finanzspritze. Und das dringendst. So. Das rentiert sich wohl noch nicht. Dass sie hier groß angreifen. Was ist denn hier mit Panzern aus? Eigentlich schon recht gut. Schon recht gut. So. Aber das Ding mache ich mal kurz kaputt. Ne. Wartet. Ne. Lass es bleiben. Vielleicht kann man ja doch noch irgendwas hier draus drehen. Alter. Was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Ich weiß es gar nicht. Ich könnte mir noch ein paar Flugeinheiten machen. Ein paar ist gut gesagt. Eins gleich. Eine ganze Flugeinheit. Die hilft mir natürlich viel. So. Fünf Minuten. Abklingzeit die Dinger. Natürlich auch bitter. So. Ein bisschen verteilen die ganzen Leute. Um hier einfach besser unterwegs zu sein. So. Komm hier. Noch eine Mick wäre geil. Alter. Was kommt denn hier schon wieder? Ah. Mit schwarzen Napalmen geht es schon eher. Ah. Ich darf die auch nicht zu früh reizen. Ist klar. Weil sonst reizen sie mich. So. Noch ein bisschen wat. Hier steht noch einer rum. Wat soll denn dat? Aber jetzt steht hier keiner mehr rum, oder? Total nutzlos. So. Eine Mick noch. Dann sind wir hier komplett. Und können wir hier gleich wieder. Ne. Wartet. So. Jetzt. Steuerung 1. So. So. Hier so bitte. Wäre nett, wenn das funktioniert. Hier wird schon wieder gut zugesetzt. Hier von den Mannen. So. Aber ich habe hier noch wat in der Hinterhand. Reparatur stabil. So. Hier so wat hier. Und dann brauche ich hier solche noch. Und dann noch solche. So. Was sind die jetzt hingeflogen? So.